Hey zusammen, ich habe ein bisschen was bei Douglas gekauft und zwar schon eine Sache als Geschenk zur Weihnachtszeit, etwas für mich selbst und habe auch richtig tolle Proben da bekommen. Deshalb wollte ich euch heute mal zeigen, was ich da so bestellt habe und kann nämlich auch die Proben schon sehr, sehr empfehlen. An erster Stelle hätten wir das, was ich für mich gekauft habe und zwar von Clinique, das 7 Day Scrub Cream. Das ist etwas, was ich als Probe vom Alsterhaus bekommen habe in so einer kleinen Größe und euch auch, glaube ich, schon in meinem aufgebraucht und plattgemachten Video gezeigt habe. Das fühlt sich so gut an, weil das ist so ein ganz, ganz feines Peeling, was man auch quasi täglich verwenden kann. Deshalb heißt es ja auch 7 Day, weil man es nicht nur einmal die Woche oder so nutzen kann. Und das piert richtig schön leicht übers Gesicht. Man hat richtig das Gefühl, dass Make-up und andere Reste, so Hautschippchen runtergehen. Finde ich, macht einen richtig guten Eindruck. Der Geruch ist relativ neutral, aber angenehm, was man sozusagen riecht. 100ml kosten wohl normalerweise 32 Euro und das war jetzt für 23 Euro im Angebot bei Douglas. Das zweite, was ich bestellt habe, kommt in dieser wunderschönen Verpackung und, wie soll das anders sein, das ist von Jo Malone. Und zwar haben wir hier bestellt für eine Person zu Weihnachten, die ich jetzt noch nicht namentlich benennen werde. Das Jo Malone Blackberry & Bay. Ich persönlich liebe das Parfum. Ich habe die Flasche in groß und benutze sie total gerne. Der Duft hält bei mir auch total gut. Ich hatte euch in einem anderen Video ja mal gesagt, dass ich auch das Wood Sage & Seasol wirklich toll finde, das aber leider auf meiner Haut irgendwie nicht anhaftet. Ich weiß nicht, ob das mit den Inhaltsstoffen zusammenhängt, dass das bei meiner Haut nicht so kompatibel ist. Aber dieses Parfum ist einfach total toll. Ein super schöner Duft, der sehr frisch ist und ich finde halt auch ein Duft ist, der wirklich vielen gefallen wird. Und ja, deshalb bin ich mir auch sehr sicher, dass die Person, der wir diesen Duft schenken, sich da sehr drüber freuen wird. Dann hatte ich mir auch noch bestellt zwei Paar Handtücher von Jo. Allerdings waren die, als die hier angekommen sind, von der Farbe sehr anders als auf dem Bild. Also die sollten in so einem Dunkelblau sein und die hatten aber irgendwie so einen gräulichen Schimmer. Von daher muss das für mich auf dem Bild einfach ganz vorteilhaft fotografiert gewesen sein. Und in echt wirkt es dann leider nicht so, wie ich es haben wollte. Deshalb sind die wieder zurückgegangen. Nichtsdestotrotz gab es noch ein paar schöne Pröbchen. Unter anderem habe ich mir wieder das Pröbchen Kneiptee ausgesucht, was es da momentan gibt. Den habe ich mir ja auch schon nachbestellt. Aber da ich jetzt nicht so experimentierfreudig mit verschiedensten Düften bin, beziehungsweise Pröbchen bei mir auch tendenziell eher dann im Mülleimer landen oder es hier an meine Arbeitskollegin verschenke, habe ich gesagt, Mensch, dann bestelle ich mir den Tee nochmal. Und der war wieder ganz vorzüglich. Und das andere Pröbchen, was ich mir ausgesucht habe, ist der Duft, für den momentan alle auf Instagram wieder Werbung machen, von Yves Saint Laurent Libre. Da war ich, muss ich gestehen, einfach neugierig, wenn sie alle jetzt dafür Werbung machen, dann möchte ich zumindest mal wissen, wie er denn an der Stelle riecht. Das ist wieder so ein kleines Fläschchen mit einem Sprühkopf, also wirklich gut auch zum Auftragen. Und ich muss sagen, der gefällt mir wirklich sehr gut. Der ist ein bisschen schwerer, stehen hier irgendwelche Noten drauf. Es ist ein floraler Lavendelduft, der nach einer, nach Freedom, also nach Freiheit irgendwie riechen soll. Orange Blossom Flower aus Marokko ist mit dabei. Eine weiße Blume. Ja, ist leider alles auf Englisch und auf Französisch und so schnell bin ich jetzt nicht im Übersetzen. Aber ich muss sagen, der gefällt mir wirklich ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, den durchaus nachzukaufen. Ich habe ihn heute auch aufgetragen und mein Freund sagt halt, der ist relativ intensiv. Deshalb würde ich da nochmal gucken, ja, ob er mir so gefällt, dass ich ihn dann auch wirklich nachkaufen würde. Weil ich habe auch noch so ein, zwei andere Parfums, die jetzt bei mir wieder so im Vordermund wären, dass ich mir die nochmal kaufe. Ich bin ja jemand, der tendenziell nur so drei Düfte zu Hause stehen hat, weil ich nicht jeden Tag wechseln mag. Ich mag das gerne, wenn man so einen Signature-Duft hat, also so einen Duft, der mit einem sozusagen auch verbunden wird. Und deshalb wechsle ich nicht so gerne so viel. Und wenn ich mir dann einen Duft kaufe, dann muss ich schon sehr, sehr sicher sein, dass der das dann auch ist. Ich finde hier aber auch die Flasche wirklich richtig schön gemacht und er riecht wirklich gut. Und mal schauen, aber im ersten Step kann ich auf jeden Fall sagen, probiert ihn auch mal aus. Wenn ihr bei Douglas was bestellt und ihr die Möglichkeit habt, die Probe noch mitzunehmen, dann bestellt sie euch auf jeden Fall einmal mit. Und dann war ich recht langsam beim Bestellen, weil ich hatte das Peeling von Clinique eine ganze Weile im Einkaufswagen. Und dann ist es ja so, dass Douglas einen netterweise nochmal daran erinnert, Mensch, du hast doch noch was im Einkaufswagen und willst du jetzt nicht kaufen, dann bekommst du noch hier die und die Probe von uns. Und bei mir war das jetzt die Midnight Recovery, das Midnight Recovery Concentrate von Kiehl's. Und ja, da muss man dann so einen Code für angeben und das fand ich richtig, richtig gut, weil ich benutze das ja seit 5, 6 Jahren jeden Abend und finde das total toll. Das ist so eine 4ml Größe. Das kann man super also nochmal mit auf Reisen nehmen und muss dann nicht immer die große Flasche mitnehmen. Und das fand ich, ja, echt ein richtiges Highlight und wir können mal gucken, ob ich die hier raushole. Oh, wie süß. Guck mal, das hat hier auch richtig so eine kleine Pipette. Oh, das ist ja mega. Man bekommt bei Kiehl's, weil man möchte nämlich immer Pröbchen, auch von diesem Öl. Allerdings ist es so, dass es so ein Knickpröbchen ist. Das heißt, das kann man nicht transportieren, sobald es aufgemacht ist. Und das Fläschchen hier kann ich dann ja immer behalten. Das heißt, selbst wenn ich das mal leer habe, dann kann ich das einfach auffüllen. Oh, und hab hier so eine süße Mini-Pipette. Oh Gott, ich bin ganz begeistert. Cool, ich hab gar nicht gedacht, dass das mit so einer Pipette ist. Das große ist zwar mit einer Pipette, aber bei diesen kleinen Proben, da, ja, es ist ja meistens so, dass das etwas einfacher gestaltet ist. Aber das ist dann ja eine richtige Luxusprobe. Also auch da kann ich euch den Tipp geben, legt euch doch mal was in den Einkaufswagen für ein, zwei Tage. Und vielleicht erinnert euch Douglas ja auch daran, dass ihr das vielleicht ja noch kaufen wollt. Und bekommt dann auch so einen Gutschein für so etwas. Ich hab aber auch schon gehabt, dass, glaub ich, irgendwie was anderes als Probe dann mit dabei war. Aber in letzter Zeit war das hier diese Probe von Kiehl's. Und die ist wirklich mega. Und dieses Öl, das kann ich ja auch nochmal sagen, ist wirklich toll. Ich benutze, wenn ich mich abends abgeschminkt habe, immer so ein Gesichtsfluid von L'Oreal. Den hatte ich ja im letzten Douglas Haul auch nachgekauft, weil ich den bei meinem Butten hier nicht mehr bekommen habe. Und dann kommt um die Augen immer die Midnight Recovery Eye Cream. Und aufs gesamte Getrech trage ich dann immer dieses Konzentrat von Kiehl's auf. Und das riecht halt auch so richtig toll nach Lavendel. Das ist voll toll. Richtig gut. Eine total schöne Pflege auch. Und jetzt habe ich so eine richtig coole Travel Size. Da freue ich mich richtig. So, und dadurch, dass wir hier in Hamburg ja das 1. Haus haben, kommt es da auch mal vor, dass ich mir da mal was kaufe. Und letztes Jahr hatte ich mir da ein Parfum gekauft. Und seitdem bekomme ich aus der Beauty- und Parfumabteilung immer mal wieder Gutscheine zugeschickt, mir kostenlose Proben abzuholen. Unter anderem von Clinique tatsächlich da dieses kleine, dieses Gesichtsscrub, also dieses Peeling sozusagen, was ich mir jetzt ja nachgekauft habe. Dann mein Parfum, was ich letztes Jahr gekauft habe, habe ich auch in einer richtig hochwertigen kleinen Flasche bekommen. Und jetzt hatte ich einen Gutschein von Estee Lauder für das Advanced Night Repair. Das ist ein Serum, wurde mir gesagt. Das ist quasi hier so eine kleine Flasche mit... 7ml sind da drin. Und das ist so eine flüssig, leicht feste Konsistenz. So leicht gelartig, aber nicht ganz fest. Und das soll man wohl unter die Tagespflege geben, morgens und abends. Ich wollte nochmal nachschauen, welchen Effekt das dann hat. Und werde es jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe es schon einmal unter die Tagespflege gegeben, jetzt aber auch keinen Unterschied im Gesicht festgestellt. Deshalb weiß ich noch nicht, welchen Effekt das eigentlich haben soll. Aber ich finde es immer ganz cool mit diesen Luxusproben vom Alsterhaus. Das ist echt richtig, richtig toll. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, kauft euch da mal was in diesen Abteilungen. Und das muss dann halt auch aus der Beauty-Abteilung sein oder aus der Düfte-Abteilung, damit ihr dann halt auch aus diesen Abteilungen dann so Gutscheine für Pröbchen bekommt. Meine Mama ist nämlich immer ganz neidisch, weil die hat da bisher nichts gekauft und wunderte sich immer, warum kriege ich denn die Gutscheine und sie nicht. Und ich finde es immer richtig cool. Ich bin mir sicher, das gibt es zum Beispiel auch bei Douglas dann nachzukaufen, wenn das richtig gut wäre. Oder natürlich auch im Alsterhaus. Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle Probe. Ja, klein und fein, mehr ist es heute gar nicht. Aber ich wollte euch auf jeden Fall halt auch von diesen kostenlosen Pröbchen erzählen. Und ich hatte euch bei meinem letzten Video ja auch die Seite verlinkt von, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Frau Shopping oder so, die verlinke ich euch hier heute auch wieder mit dabei. Weil das ist immer total perfekt, wenn man bei Douglas was bestellen möchte, dann guckt auf jeden Fall immer auf dieser Seite nach. Die aktualisiert es immer für Deutschland und zeitweise auch für Österreich und Schweiz. Da garantiert sie nur nicht mal dafür, dass das noch alles aktuell ist. Und da kriegt man immer noch mal eine Übersicht, welche Rabattmöglichkeiten gibt es gerade oder welche Gutscheincodes kann man eingeben, damit man noch Pröbchen extra bekommt. Und ich hatte echt immer eine richtig, richtig tolle Übersicht. Richtig toller Kanal, da gucke ich auch immer. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen ganz tollen Tag und dann bis bald, ihr Lieben. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.